Wollt ihr in eurem Stream einen Countdown einbauen, um zum Beispiel anzuzeigen, wann ihr von der Starting-Szene in die Live-Szene wechselt? Oder aber macht ihr einen 24-Stunden-Stream und habt Bock, im Stream einzublenden, wie lange der Stream schon geht, sodass eure Zuschauer wissen, wie lange es noch dauert, bis die 24 Stunden erreicht sind? All das könnt ihr mit dem Tipi-Stream-Countdown- und Timers-Widget machen. Das Ganze werden wir uns in diesem zehnten Teil des Tipi-Stream-Komplettkurses einmal gemeinsam anschauen. Seid ihr aktuell auf der Suche nach atemberaubenden animierten Overlays und Designs für euren Stream- oder YouTube-Kanal? Dann solltet ihr euch unbedingt mal OwnTV anschauen. Hier bekommt ihr neben kompletten Overlay-Paketen auch Emotes, Logos und vieles mehr. Auf den Produktseiten findet ihr neben ausführlichen Informationen auch Beispiele zu den einzelnen Anwendungsmöglichkeiten. Und vergesst beim Checkout nicht den Code Nielson1489, denn damit staubt ihr 40% Rabatt ab. Fangen wir wieder direkt im Dashboard von Tipi-Stream an. Und zwar geht ihr erstmal auf die linke Seite in das Menü und dort findet ihr in Reiter Streamer Experience. Hier nun auf das Untermenü Timers and Countdowns gehen. Ihr solltet dann eine leere Liste angezeigt bekommen. Das bedeutet einfach, dass ihr bisher noch keine Timer und auch keine Countdowns erstellt habt. Also klicken wir als allererstes einmal auf Edit Timers and Countdowns Widget. Wir kommen dann wieder in die ganz normale Ansicht, die wir sonst auch von den anderen Widgets kennen. Das heißt, auf der linken Seite sehen wir, was wir erstellt haben. Und auf der rechten Seite können wir das Ganze einstellen. Als allererstes gehen wir dem ganzen Namen. Und zwar möchte ich jetzt einen Countdown erstellen, nämlich für den Starting Soon Bildschirm. Beziehungsweise die Start-Szene eures Streams. Wir nennen das Ganze einfach mal Stream Start. Klicken dann hier neben das Feld. Dann wird das Ganze gespeichert und dann können wir auch schon anfangen. Als allererstes habt ihr hier den Tab Content. In diesem Tab wollen wir nun den Typ auswählen. Und zwar könnt ihr zwischen Chrono Up, Current Date Time, also aktuelle Zeit und Datum, Countdown Date, Countdown Time, also Countdown vom Datum her, ein Countdown von der Zeit her und ein Event Countdown auswählen. In unserem Fall wollen wir einen normalen Zeit Countdown haben. Also klicken wir auf Countdown Time. Was nun passiert ist, dass auf der linken Seite schon ein Countdown startet. Und auf der rechten Seite haben wir nun mehrere Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Als allererstes wollen wir unseren Timer definieren. Das macht ihr hier bei Timer, wo ihr nämlich angeben könnt, wie lange dieser Countdown laufen soll. In unserem Fall steht das Ganze auf 5 Minuten. Ihr könnt hier natürlich auch was anderes eintragen, wie 10 Minuten zum Beispiel. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, bei einem Startbildschirm, also einer Start-Szene, würde ich niemals 10 Minuten das Ganze laufen lassen. Das ist schon ziemlich heftig. Ich mache das Ganze jetzt mal, machen wir es mal auf 6 Minuten. Also 0600 aus die Maus. Als nächstes wollen wir dann unser Format einstellen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr rüberhovert, mal zu sehen, welche Variablen ihr nutzen könnt. $d steht für Tage, $h steht für Stunden, $mn steht für Minuten, $s steht für Sekunden und $ms für Millisekunden. Ich lösche jetzt mal alles raus, was ich nicht haben möchte, nämlich das hier vorne und das hier hinten. Wir hätten nur noch $mn, also die Minuten, $s, die Sekunden. Das Ganze resultiert dann in einem Countdown, der wie hier aussieht. Also etwas, das man wunderbar in das Overlay integrieren kann. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, eine Nachricht einzugeben, wenn der Countdown abgelaufen ist. Also Message, when Timer is reached. Da könnt ihr theoretisch eine Nachricht eingeben und diese würde dann an der Stelle des Countdowns angezeigt werden, in dem Moment, wo der Countdown abgelaufen ist. Zum Beispiel sowas wie Let's Go. Außerdem könnt ihr auch einen Sound auswählen, wenn der Timer abgelaufen ist. Also eine Art Gong oder irgendeinen Sound, den ihr euch vorstellen könnt, der dann dazu überleiten soll, dass ihr nun live geht. Dafür klickt ihr hier einfach in das Feld und dann kommt auch schon dieses Pop-Up Fenster. In diesem Pop-Up Fenster könnt ihr nun wieder aus der standardmäßigen Bibliothek auswählen. Das heißt, wenn ihr hier einen Sound habt, den ihr nutzen wollt, könnt ihr einfach auf Choose klicken und diesen nehmen. Außerdem habt ihr hier den Reiter Beeps. Dort könnt ihr auch zwischen verschiedenen Beep-Tönen wählen. Oder aber ihr habt eigene Sounddateien, die ihr dann abspielen wollt. Dann klickt ihr hier auf My Files. Und bei My Files könnt ihr entweder schon hochgeladene Dateien direkt auswählen über Choose. Oder ihr klickt auf Upload File und wählt die Datei auf eurem PC aus, die ihr hochladen wollt. Nach dem Upload wird diese dann auch hier angezeigt und könnt sie ganz normal über Choose auswählen. Außerdem könnt ihr jetzt auch noch die Lautstärke einstellen. Wenn ihr das Ganze nicht selber regelt über OBS-Features, dann könnt ihr hier theoretisch auch noch die Lautstärke dieser Sounddatei einstellen. Das Ganze ist in Prozentangabe, also ganz rechts 100%, ganz links 0% und dann könnt ihr prozentual die Lautstärke eintragen. Was ganz cool ist, ist, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel einen Countdown nutzt, in unserem Fall ist das ja ein Countdown für die Start-Szene. Wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Countdown habt, der angibt, wie lange euer 12-Stunden-Stream oder 24-Stunden-Stream noch läuft, könntet ihr theoretisch hier noch angeben, dass für jede Cheer, also für jeden gespendeten Bit, der Countdown wieder um x Sekunden hochgezählt wird. In diesem Fall wäre ein Bit eine Sekunde. Ihr könnt auch sagen, ein Bit wären 10 Sekunden. In dem Moment, wo nun ein Zuschauer euch einen Bit spendet, würde der Countdown wieder um den Wert 10 Sekunden erhöht werden. Das ist dann natürlich ganz lustig, wenn man so eine Art Challenge macht, wo ihr eure Zuschauer darauf hinweist, dass sie theoretisch den Stream verlängern können, wenn sie Bits spenden. Also wer auf diese Art dann gerne was machen möchte, der hat hier die Möglichkeit mit diesem Feld. Gehen wir einmal auf Layout. Dann habt ihr hier nun noch die Möglichkeiten, die ihr bei allen Widgets von TipiStream habt. Ihr könnt einmal hier den Font aufklappen, also die Schriftart und dort könnt ihr die Schriftgröße angeben. Ihr könnt die Schriftart auswählen, ihr könnt die Schriftdicke auswählen, ihr könnt auch die Farbe der Schrift ändern, hier über Textcolor und ihr könntet theoretisch auch ein Texture Image drüberlegen. Das ist im Endeffekt eine Textur, die über den Text gelegt wird und damit halt die Farbe überschreibt. Außerdem habt ihr auch, wie bei den anderen Widgets, hier den Reiter Text Shadow, wo ihr dem Ganzen einen Schatten verpassen könnt. Dabei gibt Shadow Thickness an, wie dick der Schatten ist und Outline Mode, ob der Schatten einfach nur ein Rahmen sein soll, also ein Strich um den Text herum oder wenn das Ganze aus ist, ein Verlaufsschatten. Mit Shadow Color gebt ihr dann noch die Farbe des Schattens ein und dann seid ihr damit an sich auch fertig. Der letzte Tab Themes, der ist wieder mal nur für Leute, die sich mit CSS auskennen. Wenn ihr euch also mit CSS auskennt, dann könnt ihr hier das Ganze nochmal individuell überschreiben und richtig custom designen. Solltet ihr euch nicht mit CSS auskennen, dann lasst bitte die Finger davon, denn man kann eher was kaputt machen, als dass es dann besser aussieht, wenn man nicht weiß, was man tut. Gehen wir dann einmal auf Save Widget. Damit wird das Ganze gespeichert und nun geht ihr hier unten auf diesen Link, Embed Link. Da klickt ihr drauf, dann seht ihr eine URL, die kopiert ihr und dann sehen wir uns gleich in OBS Studio wieder. In OBS Studio können wir das Ganze dann nun einbinden. Hier habe ich zum Beispiel jetzt meine Start-Szene genommen. Die kennt ihr ja auch aus meinen Streams und dort habe ich ja hier ein Highlight-Video laufen und ich könnte darunter jetzt einen Countdown platzieren. Dafür gehe ich einfach auf das Plus, dann auf Browser und bei Browser gehe ich dem Ganzen einen Namen. Zum Beispiel Countdown Start, dann auf OK und im neuen Fenster müssen wir nun nur noch unsere URL hier reinkopieren. Das heißt alles markieren, Rechtsklick und dann Paste. Solltet ihr eine Audio-Datei verknüpft haben bzw. hochgeladen und ausgewählt haben für euren Countdown, dann bitte am besten auch Audio zu OBS umleiten anhaken. Dann noch die beiden Felder deaktivieren, wenn Quelle nicht sichtbar ist und Browser aktualisieren, wenn die Szene aktiv wird. Dies würde ich euch nun wie folgt empfehlen. Habt ihr einen Countdown, der beim Wechseln aus dieser Szene in eine andere Szene nicht mehr verwendet wird, dann hakt ihr beides an. Dadurch wird der Countdown im Hintergrund deaktiviert und solltet ihr das nächste Mal in die Start-Szene wechseln, beginnt der Countdown wieder von vorne. Achtung! Solltet ihr keinen Countdown nutzen, der resettet werden soll, sondern einen Countdown, der zum Beispiel von Szene zu Szene gleichbleibend runterzählen soll, weil ein 24-Stunden-Stream zum Beispiel oder aber ihr habt die Zeit, die hochgezählt werden soll, dann solltet ihr beides deaktivieren, also die Häkchen entfernen. Dadurch wird dann, wenn ihr zwischen den Szenen wechselt, der Countdown bzw. die Zeitangabe nicht jedes Mal resettet und neu gezählt. Als letztes noch Cache der aktuellen Seite aktualisieren, dann auf OK und nun haben wir schon unseren Countdown. Den können wir nun noch im Overlay platzieren, dort wo er sein soll, bei mir zum Beispiel hier mittig, unter der Box und aus die Maus. Nun haben wir ja eine Sounddatei verknüpft, das Ganze habe ich euch ja gesagt, solltet ihr eine verknüpft haben, dann Audio zu OBS umleiten, was wir eben gemacht haben, aber dann gibt es noch eine weitere Sache, die ihr tun solltet. Und zwar habt ihr nun hier auf der rechten Seite eine eigene Audioquelle für den Countdown, durch das Häkchen Audio zu OBS umleiten und die wollen wir nun noch richtig routen. Dafür klicken wir hier auf das Zahnrädchen, dann auf erweiterte Audio-Eigenschaften und dann geht so ein Fenster auf. Und in diesem Fenster wollen wir nun für Countdown Start angeben, dass das Ganze nur auf der Monitor-Ausgabe ausgegeben werden soll. Dadurch ermöglichen wir uns, dass der Stream und wir das Ganze hören, aber das Ganze nicht doppelt in den Stream kommt. Wir klicken dann auf Schließen und haben nun die Möglichkeit, über diesen Schieberegler hier nur das Audio von dem Countdown zu regeln. Ihr werdet dann hier einen Ausschlag sehen und gleichzeitig auch auf eurem Desktop-Audio, denn das Ganze wird ja auf dem Monitoring-Gerät ausgegeben. Wundert euch nicht, dadurch wird keine doppelte Ausgabe herausgegeben, denn diese Ausgabe vom Countdown landet in der Desktop-Audio-Ausgabe und die geht dann in den Stream. Ja und damit sind wir dann fertig. Ihr habt einen Countdown in euren Stream eingebunden und wisst nun auch, wie das Countdown-on-Timers-Widget von TippyStream funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!